ja wir treffen uns dann östlich von dingens elektro natürlich ganz ja okay muss er durch die ganze stadt laufen auch nur was sind zombies obwohl ich suche jetzt mehr glaube ich erst mal was zu essen hier in dem ort ich komme mal zu dir gelaufen ich glaube jetzt mal die stadt unter ja wir können ja danach immer noch in die stadt gehen ja wir kommen jetzt ein bisschen daher und allerdings kann man nicht so gut abhängen ja ja ist mir auch schon aufgefallen wir hoffen sie viel weiß ein ja hier liegt aber auch ganz viel zeugs zum essen die leute mochten obst gerne hier da waren da dicke leute die auf die erd waren ich esse mich jetzt erst mal satt hier ich laufe jetzt in schien entlang wenn es wird aus der stadt raus gleich aber es sind irgendwie weniger zombies hier meine ich also anfangs waren es wenig da waren es ein paar mehr aber jetzt sind es wieder weniger meine ich hier liegt ein buch ja habe ich eben auch zwei gefunden werf auch handschellen ich denke mal später da kommt ja noch so crafting jetzt nicht unbedingt aber du musst vielleicht feuer machen damit können ja naja dicke bücher jetzt leckt es aber ziemlich hier und apfel bist du schon an der kurve durch ja also ich bin schon in dem ort da in diesem aus dem dorf davon ja in dem kleinen dörfchen das ding wenn du mir entgegen kommst wir uns treffen jetzt bin ich wieder auf der straße jetzt bist du wieder auf der straße also ich hab ne orange und ne regenjacke an und nen gelben helm ne bist du schon im ort drin ne noch nicht hört sich jetzt auf zu regnen ja kommst du mir entgegen gelaufen ja ich bin jetzt gleich wieder aus dem ort raus ja dann müssen wir uns ja bald treffen zwischen dem ort und der stadt ist ja so ne kommt da so ein leuchtturm nachher ne ich kann ihn noch nicht sehen oder so ein kleines inselstückchen ja wo man dann rüber laufen kann zu so einem leuchtturm ich weiß nicht ob da ein leuchtturm steht ich glaub schon ich bin da an der insel ok dann müssen wir jetzt gleich aufeinandertreffen läufst du durch kurve ja ja da müssten wir jetzt gleich aufeinandertreffen ich muss schon mal anders hinsetzen ähm ja jetzt leckts mega leck jetzt leckts mega leck an der felswand ist an der felswand läufst du drauf zu da kommst bist du das dann entschieden läuft ja ich wackele hin und her dann bist du das jetzt läuft auf die straße ne ja ich lauf im kreis ja 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 das bin ich voll der bauarbeiter weißt du übrigens warum ich so blaue finger hab warum weil ich ne frau bin und hab die fingernägel lackiert lass mal gucken guck mich mal an oh bist du ein leckeschnütchen guck mal nach oben oh wie schön lol ok hier willst du meine fingernägel sehen guck da haha geil so und wo wird es jetzt rund unter oder hoch ich würd sagen es verstaubt oder nicht ja ok dann geh willst du halt essen hm ne ich hab im moment hab ich durst obwohl ich hab noch ne cola bipsi ne cola 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 der pome hm hast du ne pickaxe ja ich glaub damit kannst du auch nen garten machen und so ne ja hm dann kannst du so sachen anpflanzen ich hab ne pickaxe und zwei äh schrauben dreher dann musst du mir mal einen davon geben damit ich die Dosen aufmachen kann da der her ja da hab ich zwischen die füße gelegt ja jetzt kann ich hier auch aufmachen ja ja ich hab doch ok komm wir nutzen so ein bisschen das gebüsch hier noch unterholz wir können gleich liebe machen ha 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 na da hinten ist ein ach da ist ein kran ja ja wir sind da ist auch sofort ah da ist der leuchtturm jetzt seh ich links vom kran ach da tatsache tatsache ich hab jetzt immer gedacht ich hab auf der insel da hinten ist das jetzt schon die stadt hier ja dich fängt hier an ok kommt so ein vor stadt gedöns ein paar häuschen ein paar häuschen war es schon in der fabrik da drin? ne ok ich war anfang der stadt hab da ein paar häuschen gesucht und dann bin ich hier runtergelaufen hier ist anfang der stadt da steht das schild elektro ja beim fabrik sind oft zombies ne ja aber wir haben ja jetzt genug waffen ja ich geh hier hoch ne hier liegt ein drescheisen hier oben ich hab keine axt gefunden ich hab keine axt gefunden was? firming hoe hier oben liegt ne haue und ein hammer und ein hammer liegt hier und was liegt hier noch? weapon cleaning hier liegt ein hockeyschläger können wir hockey spielen hier oben stehen schuhe brauchst du welcher ne ne? ne 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 ich hab gummistiefel können wir hockey mit den zombies spielen ich bin hier ja ich hab dich gesehen gut das ist aber schon mal gut das wir uns gefunden haben hier ja das dauert ewig ey sag dir ich bin komplett nass was gibt's hier drin? nix nix ja nix wir müssen da vorsichtig sein wir können ja noch andere spieler sein die schon knarren haben ne? mir kam eben einer entgegen hat er nix gesagt? doch der hat mit mir geredet aber ich wusste nicht wie ich den chat hab äh den noise chat machen da Dann wollte er mich hauen und dann bin ich aus Versehen ein Stück zurückgegangen, dann hat er daneben gehauen. Dann ist er weggelaufen. Ja, ich weiß auch nicht, wie man im Chat schreiben kann. Also, wie man im Chat schreiben kann, habe ich gerade eben gemerkt. Ja, Feststelltaste ist Voice Chat. Gehen erst mal in die großen Häuser, oder? Zombie. Oh, Zombie. Pack doch die Waffe aus. Er ist schon tot. Ja. Also, mir hat er nichts abgezogen. Okay. Bisser. Hier liegt eine Jacke, Marvin. Eine dicke Jacke. Oh. Hier in dem Haus. Keine Häuser. Hier. Oh, er muss unter dem Tisch. Ja, guck, er sieht aus wie eine Gurke.